Hi, ich bin's wieder auch JJ und mich haben welche gefragt, ob ich mal erklären kann, warum Frauen ihren Tagen haben. Also warum die einmal im Monat blühten und denen ist, weil nämlich, das hat uns die Natur gegeben, weil nämlich das ist eine Abwehrreaktion und zwar ist es ganz einfach, weil Männer, die wollen ja immer mit uns frauensexerigen Sachen machen. Und ja, wenn die das immer mit uns machen würden, dann würden wir ja immer jeden Monat ein Kind kriegen oder so, das ist ja viel zu viel. Und deswegen hat die Natur das so gemacht, dass wir einmal im Monat halt blühten, weil der Mann will ja nicht sein Pellode reinstecken, wenn das so eklig ist. Und so das ja Schweinskrams, auch wenn der das anderen macht, das ist ja auch voll ekelhaftig und so, das will er auch gar nicht. Und das ist einfach diese Abwehrreaktion, weil dann hat er darauf keinen Bock auf diesen Ekelkram und dann kann ja die Frau auch nicht schwanger werden und auch kein Kind kriegen. Ja und das ist das. Pow! Ciao! Bis zum nächsten Mal.